Ja, und da ist auch schon der Fußballer. Am vergangenen Donnerstag hat er seinen 52. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und um ein Haar hätte ihm die Liga ein wunderbares Geschenk gemacht. Trainer bei Greuter Fürth. Warum hat das nicht geklappt? Und welche Bilanz zieht er nach einer unglaublichen Sportkarriere, in der er Weltstars wie Maradona und Siko ausgeschaltet, legendäre Tore geschossen, Titel gesammelt und lustige Sätze gesagt hat, wie zum Beispiel den nach dem Kokain-Geständnis von Christoph Daum. Zitat, wichtig ist, dass er jetzt eine klare Linie in sein Leben bringt. Herzlichen Glückwunsch. Also, dem Mann, der von sich sagt, mein Leben ist ein 4 zu 2. Lothar Matthäus. Schön, dass du weißt, Lothar. Lothar Matthäus ist bei uns gerade gehört, mein Leben ist ein 4 zu 2, Lothar. Was heißt das? Ja, dass man viele Spiele gewonnen hat, aber auch viele verloren. Ich hätte jetzt auch sagen, 800 zu 400, aber wir wollten es kurz machen. Also, ich glaube, dass ich in meinem Leben mehr Siege eingefahren habe, wie Niederlage erfahren musste. Und deswegen stehe ich für mich auf der Gewinnerseite. Ja, die Siege kennen wir alle. Was sind die beiden Niederlagen? Das ist ein Gesamtes der Niederlagen, die ich erleben durfte in meinem Leben. Ich bin ja auch mittlerweile 52 geworden. Danke für die Glückwünsche nochmal, nachträglich. Sehr gerne, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du dich wirklich freust, dass ich die 52 erwähnt habe. Nein, damit habe ich gar kein Problem. Also, ich habe die 52 Jahre auch voll ausgenossen, von der Jugendzeit bis zum gestrigen, bis zum heutigen Tag. Ne, mein Leben ist wirklich abwechslungsreich, interessant und für mich war es auch erfolgreich. Und weltweit unterwegs, wie man so hört. Ja, wie viele hier in dieser Situation. Ja, neuerdings eine Lieblingsdestination, Russland, habe ich gelesen. Russland, ja. Deine aktuelle Freundin kommt aus Russland? Die aktuelle Freundin kommt aus Russland, ja. Vielleicht Trainer in Russland? Ich möchte mal eins klarstellen. Jetzt geht es schon wieder los. Nichts Privates. Das andere, ich lese immer in der Zeitung, Lothar Matthäus auf Jobsuche. Lothar Matthäus ist nicht auf Jobsuche, er war nie auf Jobsuche, er hat Jobs bekommen. Lothar Matthäus. Angebote bekommen, ja, richtig. Und man wird immer wieder mit Dingen konfrontiert, die eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen. Ich habe Angebote bekommen, ich arbeite gerne als Trainer, das habe ich immer wieder gesagt. Aber ich bin jetzt gerade bei Sky als Experte tätig, seit einem Dreivierteljahr, das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Ich bin hier heute Abend, als Trainer könnte ich nicht hier sein. Also ich genieße mein Leben. Ja, ich finde das hervorragend. Und man hat auch das Gefühl, dass der Aller mit 52 durchaus mit sich im Reinen ist. Sehen Sie mal, Sie fahren ab und zu nach Grönland, habe ich mir sagen lassen. Und habe auch Ihr tolles Buch gelesen. Wenn das nicht so schwierig wäre, würde es wahrscheinlich weniger Spaß machen. Ich stelle es mal vor, es gäbe einen voll klimatisierten ICE bis nach Grönland, wo Sie die Landschaft betrachten können. Dann könnte es jeder so. Dann würde aber Lothar Matthäus mitkommen, hätten wir mehr Spaß dabei möglicherweise. Labern, bis der andere nicht mehr kann. Wir sind bei Lothar Matthäus. Lothar, schön, dass du... Das gibt von dir, deswegen sage ich, das gibt von dir den schönen Satz auf die Frage, was bereuen Sie eigentlich? Hast du mal gesagt, ich glaube, ich habe manchmal an der einen oder anderen Stelle zu viel geredet. Siehst du das auch so? Also siehst du es wirklich so? Ich habe es ja gesagt, dann werde ich es auch so sehen. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich das sagt, was er denkt. Und natürlich habe ich früher viele Situationen unterschätzt, die mir geschadet haben. Und dazu gehört natürlich auch das, was wir gerade überreden. Fünf Stunden, sechs Stunden, so lange hat es nie gedauert bei mir. Aber trotzdem ab und zu zu lange, um den Journalisten dann eben auch zu viel Material zu geben, dass er wieder schöne Geschichten hatte. Anfang der 80er Jahre, hast du mal gesagt, nach der Europameisterschaft in Italien, da bin ich so ein bisschen übermütig geworden, habe ein bisschen durchgedreht. Ich sage mal so, ich habe mit dem Erfolg den Boden und den Füßen verloren. Das ist, glaube ich, aber auch normal. Früher hat sich ja keiner um dich so gekümmert, wie hat nicht jeder zwei Manager gehabt. Der Verein hat sich um dich gekümmert. Da werden jetzt die Interviews kontrolliert und nachverbessert. Das hast du ja alles früher nicht gehabt. Und natürlich durch den Erfolg als 80-Jähriger aus einer Dorfmannschaft in die Bundesliga, Nationalmannschaft, gleich Europameister geworden in der ersten Saison mit dem DFB. Da muss man eigentlich durchdrehen. Ne, muss man nicht. Na doch, ich finde schon. Ich glaube, man hat einige Situationen nicht mehr richtig einschätzen können. Und von dieser Seite her hat mir vielleicht die eine oder andere Motivation gefehlt, im Training wieder an die Schmerzgrenze zu gehen. Und dann hat man natürlich auch in der Leistung nachgelassen. Und dadurch auch eben nicht mehr die Leistung gebracht, die man vielleicht von mir erwartet hat. Hast du, Lothar, immer wieder hier auch so nette, sympathische Fußballrunden, wenn die Recken so von früher erzählen, dann sagen, ja, wir waren auch mal wirklich hacke dicht auf dem Trainingsplatz am nächsten Morgen. Hast du das auch erlebt? Ja, hacke dicht vielleicht nicht. Aber ganz sicher hat man auch mal am Abend länger einen getrunken. Ja, und war vielleicht auch unterwegs und musste dann morgens um neun wieder zum Training gehen. Und da würde ich für keinen die Hand ins Feuer legen, dass das noch nicht passiert ist, dass man länger durchgemacht hat. Aber dann ist es ja auch wieder so, eine Pflicht, eine Verantwortung, dass man dann auch im Training wieder an die Grenze geht. Natürlich die ersten 15, 20 Minuten, sehr schwierig. Aber dann macht es Spaß. Und dann ist man noch engagierter, weil man ja ein schlechtes Gewissen hat. Und einen dicken Kopf auch im Zweifel. Nach 20 Minuten ist der dicke Kopf weg. Ja, definitiv. Wir haben einen wunderbaren Ausschnitt gefunden, Lothar. Du und dein allererster Auftritt im aktuellen Sportstudio. Und schauen einmal ganz kurz rein. Finde das sehr ehrlich, so wie wir dich heute auch wieder erleben, und sehr reflektiert. Bitteschön. In Neapel gegen Holland wurden sie eingewechselt für den Leads. Stimmt. Haben gespielt. Und dann hörte man von Lothar Matthäus weniger. Ja, nach der Europameisterschaft, da hatte ich eine Formkrise. Und dazu kam noch, dass ich privat war, war ich auch nicht mehr der Glücklichste. Und die Dinge haben so zusammengepasst. Und ich war halt nicht mehr der Lothar Matthäus vor der Europameisterschaft, sondern nach der Europameisterschaft. Im März werden Sie erst 21. Das ist richtig. Sie sind aber schon verheiratet. Ja, ich habe vor acht Monaten geheiratet. Ihre langjährige Freundin? Ja, die Freundin vor der Europameisterschaft. Das habe ich dazu hier zurückgefunden. Das hat es auch einen Bruch gegeben dazwischen, ja? Ja, das war das bewahren Bereich, ja. Wir haben uns nicht mehr richtig verstanden. Und dann war zwei Monate mal Pause. Und danach haben wir uns wieder umso besser verstanden. Und jetzt sind wir verheiratet und sind auch glücklich. Ist wunderbar. Lothar Matthäus mit 21 Jahren. 30 Jahre her. Bist du froh, dass du damals Fußballprofi warst und nicht heute? Ich muss sagen, die Zeit war wahrscheinlich lustiger. Man ist nicht so beobachtet worden wie in den letzten 10, 15 Jahren. Das hat sich ja auch da viel verändert. Ich habe damals in Münden-Gladbach als Profi angefangen. Da war zweimal in der Woche ein Journalist auf dem Trainingsplatz. Ja, weniger Zeitungen, weniger Fernsehsender, was wir vorher alles gehört haben. Es gibt von dir den schönen Satz, plötzlich stand ich in den Zeitungen drin, die ich früher mal selber ausgetragen habe. Aber viele waren es nicht. Das ist richtig. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Ich habe meine Zeit genossen. Ich habe es vorher schon mal gesagt, ich genieße mein Leben. Alles, was passiert bei mir, ist das, was mir auch Spaß macht. Ich entscheide für mich alleine. Und mein Leben ist besser geregelt, wie das vielleicht viele in der Öffentlichkeit denken. Ich habe einen super Kontakt zu meinen Kindern. Auch letzte Woche, mein Geburtstag, alle Kinder dabei gewesen. Also es ist wirklich so, dass mein Leben geregelt ist, auch ohne Traineranstaltungen in der Bundesliga. Ja. Das ist ohnehin interessant, finde ich. Louis ist ein alter Fußballrecke auch. Ich finde immer, wenn man sich mal ein bisschen mit der Figur Lothar Matthäus beschäftigt, da merkt man ganz schnell, dass es wenige Sportler gibt, bei denen dieses öffentliche Bild so wenig eigentlich mit dem übereinstimmt, was tatsächlich da ist. Und zwar eigentlich, genau betrachtet, nur in Deutschland. Ja, ja, das ist, also ich war mit Lothar ja ein paar Mal unterwegs und auch in der Nacht. Einmal in der Nacht. Aber ich bin sehr früh weggegangen. Nein, aber ich war mit Lothar hier in Hamburg mal unterwegs und wir waren in den unterschiedlichen Gastwirtschaften, sagen wir mal. Und es war wirklich also erstaunlich zu sehen, wie Barkeeper aus Serbien zum Beispiel, an einen erinnere ich mich da, der ist fast umgefallen. Also der Messias kommt so ungefähr. Also der war derartig enchanté, dass jetzt Lothar Matthäus da vor ihm steht. Andere deutsche Barkeeper wiederum, die waren dann so, ja Gott, Lothar Matthäus. Es ist tatsächlich so, Lothar ist Weltstar in der Welt und in Deutschland, auch sicherlich durch das ein oder andere, sagen wir mal, unglückliche Auftreten im Medienbereich, ist er aber sehr, sehr schnell immer so einer Juckskaste zugeordnet. Das ist eigentlich ungerecht, weil jeder wissen sollte, dass wir in Deutschland drei wirklich herausragende und für die Ewigkeit bestimmte Fußballer haben. Nämlich? Beckenbauer, Gerd Müller und Lothar Matthäus. Bei allem Respekt vor Uwe Seeler, Fritz Walter, Günther Netzer, wen wir sonst noch hatten. Aber diese drei stechen durch das, was sie getan haben, heraus. Das ist eine eigene Liga und insofern gebührt Lothar sehr, sehr großer Respekt, den er selber aber natürlich gelegentlich auch mit Füßen getreten hat. Wenn ich so eine Sache gesehen habe, damals wie Lothar am Ball, so was musst du nicht machen. Was meinst du, meinst du diese Soap bei den Kollegen von... Soap bei Vox zum Beispiel, ja. Also da dachte ich mir, Mann, warum macht der das, wenn Jürgen Drews das macht, lache ich drüber. Ja, es sollen viele Leute gerne machen, aber doch nicht mal Lothar. Lothar ist Weltmeister. Ja, Lothar. Der Mann, weißt du, der Mann hat 20 Jahre Nationalmannschaft gespielt, an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen. Der hat Spiele gemacht, wo wir mit Gänsehaut davor saßen und also dieses Tor gegen Jugoslawien, damals 1990, war es das 2-0, mit diesem riesen Anlauf durchs Mittelfeld. Das war ein 3-1. War es 3-1. Das ist das Tor bei Wiss. Ah ja, kommt. Es war ein schönes Tor. Ja, aber da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es einfach so ein fantastischer Augenblick war. Und dann macht er so einen Quatsch. Ja, das ist ja die Frage, weil die Intention war ja eigentlich eine andere. Die Intention war ja, ich zeige mich mal der Nation, wie ich eigentlich tatsächlich bin. Frau Winnemuth ist bei uns, Journalistin, eine granatenmäßige Autorin, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, Bücher an dieser Frau sollte man lesen. Wir werden auch noch viel von Ihnen hören in diesem Bereich. Wie beobachten Sie das? Also diese Versuche, an einem Bild rumzuschrauben, zu korrigieren, das da in der Öffentlichkeit irgendwie existiert. Was kann man da tun, um da wieder rauszukommen? Einfach so sein, wie man ist, glaube ich. Und da ist auch ein bester Weg, das zu tun. Also ich glaube, wenn ein Bild erstmal in der Welt ist, ist es in der Tat schwer zu korrigieren. Aber man kann natürlich was dagegen machen. Man muss einfach nur weiter so bleiben eigentlich. Ich habe keinen anderen Rat, ehrlich gesagt. Kann man ja auch nicht ändern. Nein? Lothar Matthäus und sein Bild in Deutschland, das hat ja auch was zu tun, Lothar, habe ich zumindest immer den Eindruck, mit einem speziellen Verhältnis zu Uli Hoeneß. Und was ist eigentlich da passiert, dass Uli Hoeneß über dich so Sätze sagt wie, der wird bei uns, bei den Bayern, nicht mal mehr Greenkeeper. Der immer wieder, wenn es darum geht, zum Beispiel um die Lewandowski-Transfergerüchte, dann sagt, ach der Matthäus, der soll sich um seine Frauen kümmern und nicht um Lewandowski. Zum Beispiel. Das ist ja garstig und das passt ja eigentlich gar nicht zu ihm, zu Uli Hoeneß, der einer ist, der eigentlich keinen fallen lässt und sich immer um alle kümmert. Also Punkt eins muss man sagen, das ist ja das Problem, was ich in Deutschland habe. Alles, was vor 20 Jahren passiert ist, wird eigentlich weniger drüber gesprochen. Wir reden jetzt von einer Geschichte, die vor 12, 13 Jahren passiert ist, wo sich Uli auch entschuldigt hat, nicht nur bei mir persönlich, sondern auch im Fernsehen. Punkt eins. Aber was ist da passiert? Das ist das Thema für mich vergessen. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung, auch nicht in der Politik. Jeder vertritt seine Meinung, jeder vertritt seine Sache, jeder versucht für sich, für sein Team das Beste herauszuholen. Und in dem Moment, nach meiner Karriere, habe ich nicht nur beim FC Bayern gespielt, sondern da gab es eben eine Diskussion, wie jetzt vor einigen Wochen mit Lewandowski. Ja, jeder wusste es, dass Lewandowski mit Bayern verhandelt. Ich wusste aus erster Hand, in meiner journalistischen Tätigkeit, als Kai-Experte, dass Lewandowski mit Bayern München einig ist. Und wenn ich das nicht sagen darf, in einer journalistischen Tätigkeit... Das ist wahr. Aber das Problem ist, alle dürften das eigentlich... Über mich darf doch jeder... Genau, genau. Über mich darf jeder was sagen, auch was nicht stimmt. Das ist wahr. Und ich darf nicht die Wahrheit sagen, also arm ist Deutschland in dem Fall. Ja, und jeder, wenn irgendein Journalist jetzt Spitz gekriegt hätte, Lewandowski verhandelt mit den Bayern, dann wäre das für jeden ein Coup gewesen, wenn er das vermeldet. Hätte man gesagt, das ist großartig, das hat wieder einer rausgekriegt, guck mal, was wir alles wissen. Und was mich ja stürzt, Uli... Alle dürfen das sagen, nur Lothar Matthäus darf das nicht sagen. Nein, und Uli Hoeneß darf ja alles gegen mich sagen. Er darf mich aber nicht im privaten Bereich angreifen, weil das ist ein Ehrenkodex unter Sportlern, dass das Privatleben Privatleben bleibt. Aber Uli mischt immer sich in mein Privatleben. Er kann ja sagen, schlechte Kommentare bei Sky, er ist falsch informiert. Das ist ja alles in Ordnung. Aber Uli Hoeneß hat mich als Privatperson attackiert. Deswegen habe ich Ihnen ja auch die Wette über 10.000 Euro angeboten, plus eine öffentliche Entschuldigung, wenn das mit Lewandowski nicht stimmt. Aber wenn es stimmt, die gleiche Sache von seiner Seite zu mir. Für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck. Genau, okay. Das ist die alte Seite. Aber trotzdem noch mal die Frage, Lothar, warum ist das so? Warum gibt es da dieses schwierige Verhältnis zwischen zwei Menschen, die ja beide für sich sehr erfreundliche, höfliche Menschen sind? Erstens, wir kennen uns ja beide sehr lange. 1984 hat Uli ja alles gemacht, dass ich zum Bayern München komme. Wir haben sehr viele Erfolge miteinander gefeiert. Wir haben Karten gespielt. Wir haben auch gedrungen weit über Mitternacht hinaus und so weiter. Und ich weiß es nicht. Und wenn wir uns sehen, auch ein paar Wochen nach dieser Lewandowski-Geschichte, man gibt sich die Hand, man unterhält sich normal wieder. Alles scheint eigentlich vergessen zu sein. Ich lasse mich gerne kritisieren, wenn ich etwas Falsches mache. Das habe ich als Spieler. Ich habe als Spieler, bin ich dazu gestanden, auch nach den Spielen, nicht nur nach siegreichen Spielen zu den Journalisten zu gehen, sondern auch nach Niederlagen habe ich meinen Mann gestellt. Ich war dort, habe den Leuten Rede und Antwort gegeben. War vielleicht auch ein Fehler, andere haben sich doch hinter dir verdrückt. Nein, ich persönlich bin jemand, der offen und ehrlich ist. Uli ist es auch. Nur ich würde in der Öffentlichkeit nie einen persönlich attackieren. Das gehört nicht zu meinem Niveau. Das möchte ich nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Charakter. Aber heißt das, er hat dir übel genommen, dass du diesen Kontakt zu Medienvertretern immer so gesucht hast? Oder woran liegt dieses schwierige Verhältnis? Wir brauchen doch nur angucken. Uli Hoeneß ist doch auch jeden Tag mit den Medienvertretern zusammen. Die Politiker sind jeden Tag mit den Medien zusammen. Das gehört eben dazu. Und Louis hat ja vorher gesagt, ich gehöre irgendwie zu den bekanntesten Fußballspielern in Deutschland. Und da ist es natürlich normal gewesen, dass die Journalisten auch diesen Kontakt zu diesen erfolgreichen Sportlern hergestellt haben. Aber das war sozusagen der Grund für dieses Zerwürfnis? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich habe ja gegen nichts den Uli Hoeneß getan. Ich habe nichts den FC Bayern getan. Ich werde auf der ganzen Welt weiter mit den FC Bayern in Verbindung gesehen. Also ich bin Spieler des FC Bayern. Nicht von Inter Mailand, für die Italiener ja. Aber für die Welt bin ich Spieler des FC Bayern für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich persönlich, wie gesagt, habe mit Uli Hoeneß eigentlich kein Problem. Anscheinend hat er mit mir Probleme. Und du weißt aber nicht, warum. Es wäre mal schön, wenn man es ausdiskutieren kann bei einem Essen. Man versteht sich immer wieder. Ja, aber dann kommt irgendetwas, was natürlich immer wieder ins Persönliche geht. Und das ist das, was eigentlich der Sache nicht dient. Du hattest gerade angesprochen, immer am Ball die Soap bei den Kollegen von Vox. Aber du hast das immer schon relativ offen gelebt. Auch um, wie du sagst, sozusagen diesem Bedürfnis nach einem großen Interesse an deiner Person einfach gerecht zu werden. Wir haben ein sehr, sehr schönes Beispiel. Nein, ich möchte gerade sagen, kann nicht jeder sein Leben so gestalten und leben, wie er lebt. Absolut. Dann treffe ich die Entscheidungen aus den Herzen her, weil ich da überzeugt bin. Ich will es machen. Wenn ich Kräuter Fürth vor fünf Wochen eine Absage gebe, dann bin ich nicht überzeugt gewesen, dass das das richtig in dem Moment für mich ist. Und wenn ich eine russische Freundin habe, dann habe ich eine russische Freundin. Das ist auch völlig in Ordnung. Andere haben vielleicht Lebensgefährdinnen oder Spielereien außerhalb ihrer Ehe, wo sich auch keiner drum kümmert. Ich möchte nur eins, ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden, wie ich lebe. Meine Entscheidungen sind für mich die richtigen Entscheidungen. Auch wenn man danach öfters mal eines Besseren belehrt wird. Das mit Reuter Fürth, weil du das gerade ansprichst. Wir haben uns ja im kleinen Kreis, im kleinen Kreis haben wir uns ehrlich gesagt gefreut, weil das auch immer wieder Thema war. Lothar Matthäus, vielleicht klappt es ja jetzt tatsächlich mit einem Trainerjob in der Bundesliga. Ich kenne viele Menschen, die das richtig gut finden würden. Warum ist das rausgekommen? Ja, es ist sehr viel gesprochen worden in Fürth. Kreuter Fürth ist ja tagtäglich mit Journalisten zusammen und da ist ja dann mein Name auch immer wieder gefallen. Und irgendwann sind eben Aussagen getroffen worden von Kreuter Fürth. Lothar Matthäus ist nicht interessant für uns, Lothar Matthäus steht gar nicht auf der Liste, Lothar Matthäus passt gar nicht zu uns und, und, und. Und andererseits ruft mich der Präsident an und bittet um ein Gespräch. Es waren schon Zahlen auf dem Tisch gelegen praktisch und von dieser Seite sage ich auch, dann sollen sie einfach gar nichts sagen oder wenn die Wahrheit. Und du hast dann von deiner Seite gesagt, zu den Bedingungen akzeptiere ich das einfach nicht und man hat sich einfach nicht geeinigt. Ich habe dann eben nach außen bekannt gegeben, dass der Kontakt da war. Ja, aber ich nicht überzeugt war, dass Kreuter Fürth der richtige Verein für mich zu dem jetzigen Zeitpunkt ist. Ich habe gerade gesagt, immer auch sehr offen sozusagen auch diese Dinge gelebt und wir haben ein sehr schönes Dokument gefunden, Lothar, aus deiner Zeit in Italien. Schauen wir einmal kurz rein. Auch da waren Kameras sehr dicht an dir dran und wir sind froh, dass wir diese Bilder heute haben. Ein Beispiel für Völkerverständigung im Kleinen. Die Frauen haben den Weg gezeigt. Sylvia Matthäus und die beiden Töchter bringen den Mann zur Arbeit. Harmonie in der Familie. Ein Rückhalt, der Kraft gibt. Als Kapitän von Inter Mailand und der deutschen Nationalmannschaft ist Matthäus täglich Stresssituationen ausgesetzt. Wie kaum ein anderer. Er weiß, wie er damit fertig wird. Und deshalb pflegt er sein Familienleben. Wie die Mannschaft mal schlecht, spreche ich auch mit meiner Frau drüber. Aber wir versuchen natürlich da zu Hause nicht so lange zu diskutieren, weil wir auch andere Sachen haben, worüber wir sprechen möchten. Geht ihr zusammen einkaufen? Einmal geht sie einkaufen, einmal gehe ich einkaufen. Zusammen gehen wir ganz selten einkaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Anzi Sachen kaufe, dann brauche ich sie schon irgendwie dabei, weil sie einfach den besseren Geschmack hat. Ich will nicht sagen, dass ich farbenblind bin, aber es gibt auch noch andere Sachen, die wir gemeinsam machen. Also nicht nur, dass wir jetzt einkaufen gemeinsam gehen, sondern wir beschäftigen uns auch vor allem gemeinsam mit den Kindern. Naja, okay, du wolltest ja wissen, was wir gemeinsam machen. Ich könnte ja auch noch weitergehen. Erinnerst du dich daran? Ich habe das das erste Mal heute gesehen. Wirklich das erste Mal? Also du auch? Ja, ja. Du auch, oder Lu? Interspezial kannte ich nicht, nee. Das hat auch in der Redaktion bei uns, kannte das keiner. Wir haben gute Leute da und die haben das irgendwo ausgegraben. Auf einer DVD ist das irgendwo zu finden. Komisch, dass man über mich was findet, ne? Auf DVD. Ja, das ist schon komisch. Aber vor allen Dingen etwas, was du nicht kennst, ganz offenbar. Ich kenne viele Sachen nicht, die über mich geschrieben werden. Aber du warst da schon, ne? Das war ich, ja, ja. Du warst dabei, du erinnerst dich an die Situation. Das war die Vereinskrawatte? Die Vereinskrawatte, ne? Das war privat. Schick. Ich glaube, damals haben wir gar keine Krawatten gehabt, so. Doch, Inter hatte immer schöne Krawatten, oder? Die war ganz schick immer. Ich meine mich auch an so einer. Aber nicht mit gelben Farb. Nee, wahrscheinlich nicht. Das war aber passend zur Haarfarbe deiner Frau. Insofern hat es wieder sehr gut gepasst. Sehr gut. Von einem Weltenbummler sozusagen zum nächsten. Lothar, was würdest du machen, wenn du plötzlich 500.000 Euro gewinnen würdest? Einschränken. Erstmal mir Gedanken. Sich einschränken. Würdest du es merken auf dem Konto überhaupt, ne? Ganz sicher. Die kleinsten Bewegungen bemerke ich auf dem Konto. Sehr gut. Was würdest du machen, Lothar? Gibt es einen Traum? Ja, ich würde jetzt das nicht machen, auf was wir zurückkommen, weil ich eigentlich, das haben wir vorher festgestellt, ich habe alle Städte irgendwie kennengelernt durch meine fußbayerische Tätigkeit, die da bereist worden sind. Und das war, glaube ich, eine super Idee. Vor allem, wenn das ja jemand will, dann soll er es machen, wenn er die Möglichkeit hat. Und das ist das Interessante. Und wir haben uns vorher schon unterhalten. Ich glaube, das war ein einmaliges Erlebnis, wo man sich dann auch ganz anders fühlt wie im tagtäglichen Leben. Absolut. Bevor wir gleich zu Frau Wienemuth kommen, mit der Bitte um kurze Antwort. Gibt es etwas, von dem du sagen würdest, das ist nochmal so ein Traum, den würde ich mich nochmal gerne erfüllen? Nein, weil ich träume nicht. Ich bin Realist und ich würde nochmal einmal was anderes machen. Ich habe es auch vorher erzählt. Ich war ein Brasilientrainer, zwei Monate. Da ging es auch um diese Reisen und so weiter. Und du warst weit weg von der Heimat. Und das unterschätzt man, wenn man es selbst nicht mitbekommen hat. Deswegen verstehe ich heutzutage auch brasilianische Spieler, die hier in Deutschland spielen, dass sie ab und zu ihren Urlaub den einen oder anderen Tag verlängern, weil es ist eben Heimat. Kann man gut nachvollziehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Lu Richter. Herzlichen Dank, Lu. Ich bedanke mich bei Lothar Matthäus, von dem wir uns sicher sind, dass es demnächst was wird mit der Bundesliga.